Prominents, V.I.P.s, Moderedakteure, Blogger und Einkäuferinnen begrüßt Designerin Eva Lutz zur Aftershow-Party. Gesprächsthema ist das tolle Modespektakel vom Mittag auf der Mercedes-Benz Fashion Week. Viel Beifall gab es für den Catwalk. Gleichzeitig wird das 30-jährige Bestehen von Minks gefeiert. Ja, unglaublich. Man hat nicht gedacht, wenn man anfängt, dass man mal 30-jähriges feiert mit dem Erfolg. Wir haben sehr klein angefangen mit dem Dreier-Team und sind stetig gewachsen. Es ist toll, da wo wir jetzt stehen. Worauf führt Designerin Eva Lutz den Erfolg zurück? Ich glaube, der Spaß an dem, was wir machen. Wir machen das alle unheimlich gerne. Mein Team arbeitet ohne Ende mit mir und wir arbeiten alle gerne. Wo wird das Lifestyle-Label Minks in 30 Jahren stehen? Mal 10! Bis in die tiefe Nacht fühlten sich die Promis und Fashion People bei Champagner und einem Flying Buffet wohl. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.